Musik Ich mag gleich sowas für ein Sterben. Wir haben Einsatzziel Delta neutralisiert. BLEEP tötet immer irgendjemand super aber wieder zwei helikopter ist gut wir sagen die weibung nicht kaputt geht es gut dann kann der schrutt gehen die können wir wiederholen squad kamerad von uns in die weibung die weibung ja unsere wirklichkeit abknallt worden und wird der grandiose team kamerad drin gewesen wo wir mit mir geflogen ist pass auf die spiel mit igler probiert die helikopter zu halten ich komm wir dürfen diesen helikopter nicht hergeben da ist er ich hole ihn mir hab ihn also jetzt hört mir der Stinger schon anscheinend am Arsch er hat von irgendwoher besnipet ja wir werden immer noch auf der mauer in dem turm glaube ich ja treffe ich jetzt gedacht ich glaube in dem in dem hier ich bin mir ich weiß nicht ich habe da gerade sowas rotes gesehen habe ich ne ok da schnicks ne den turm und schnicks ne bei a nein nicht die wabe ja aufpasst mit der schenweife scheinlich tu sie ist kaputt habe ich recht panzer ja egal vielleicht immer trotzdem noch wäre ja mal angemessen ja und ich glaube immer noch wie so ein voller durch die gehen endlich danke team kamerad sehr schön versteck ich versteck ich euch weiß nicht ich kann schon wieder aus dem herweg ausgestiegen ja ja mit dem saß mit dem war ich schon immer im helikopter ich bin schon einfach ausgestiegen und ich sink da so wie so ein kna rennen folge vom himmel ich habe keinen c4 dabei und jetzt sitze ich bei alpha fest super 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 ja voll schon wieder genug aufgeregt voll schon wieder genug aufgeregt wie jeder jetzt mit den neuen waffen irgendwie rumrennen ich finde sie sind zwar nicht schlecht aber ja die handwaffe schmerzen enttäuschung ja ja die wie wochen die wahl ja wir gewinnen so oder so lass doch noch zwei befliegen solange sie noch bisschen erfolge haben dann haben sie gleich verloren was steigte da aus jungs es hat mich wahrscheinlich ein bisschen blöd aus unserem team ein bisschen beschränkt sind sie manchmal schon ne ich glaube den ihre basis hinten irgendwie wieder zurückgeflogen ja ja leck endlich endlich haben wir gewonnen Pilot vor allem ist dass die die unter Was ich meinte. Achso. Naja, Metro ist gut eigentlich. Also... Welcher Welt ist Metro gut? Ja, also... Es ist ja nicht schlecht. Also, verstehst du, wie du meinst? Nein. Wenn ich ehrlich bin. Metro ist scheiße. Das Einzige, was du da machst, ist ein paar Kills mehr, wie auf den anderen Karten. Wir können uns Gußkarten drucken lassen, Postkartenkalender, Mauspad, was gar nicht mal schlecht aussieht, und Tassen. Das Mauspad kostet 6 Euro, mit dem Postkartenkalender 1,33 Euro. Billig also, das ist bestimmt gute Qualität und so. Wieso Schnäppchen im Online? 20% auf Ausentwerbung und Bannerung. Wenn ich mich schon mehr dazu muss. Ich brauche jetzt hier oben. Ach, geht schon los dann wieder. Weißt du, wir können jetzt ja nix ja so super duper rausholen. Ich bin Bella. Da ist die, aber sowas nicht. Was haben wir? Da ist die. Da ist die. Dann können sich die Abonnenten wieder dran aufgaren. Wenn mein Controller nochmal fliegt und nochmal und nochmal. Bis vor uns ganz endlich ein Wackelkontakt im Batteriefachs vollhanden ist. Mitiono ecclerisch. Begriff. Gebrätsle. Gebrätslein kseapi. kra Stitch hier auf dassaal Matthäusch! Roh spectacular ist für dich. da habe ich doch da habe ich doch gesehen dass er da kommt da habe ich ein gespür gehabt war jeder aufzug auf wer von euch gibt es da die scheiße wurde leuchtfahrt hingeschmissen die stört mich ja im aufzug sind zwei hochgekommen es ist also einen habe ich der andere schon tot dann oder jetzt schon viel aufwand ja weiß ich hatte er keine zeit nicht da will hat nicht die punkte also reanimieren lohnt sich immer wenn man die geschehe wo das zeug dabei hat ja so jetzt habe ich eine 4 zu 0 rate jetzt glaube ich dass ich wahrscheinlich